Apps, die dir besonders wichtig sind, kannst du in der Taskleiste anheften. Zum einen kommst du dann schnell dran und zum anderen kannst du per Rechtsklick auf Sprunglisten zum Beispiel zugreifen. Willst du aber richtig schnell darauf zugreifen, also die Apps starten, drück einfach mal Windows und die Tasten 1 bis 9. Bei mir zum Beispiel Windows und 1 startet den Edge Browser. Teste es einfach mal aus.